Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu The Walking Dead. Ja, die sind ja alle ganz schön aufgeregt. Wir sind natürlich immer noch, oder, also wir sind jetzt in so einer Art, weiß ich nicht, Abstellkammer oder Lagerkammer eingesperrt. Ich würde ihr hören gar nicht auf zu erzählen. Wir wollen hier natürlich raus. So, dann schauen wir mal in die Boxen. Offensichtlich nicht, ja. Das haben wir hier. Ja klar, ganz sicher. Oh jeeea. Dad, komm mal! Dad! Oh Gott, er hat geblieben. Ich denke, er hat einen Herz-Aktak. Shit. Er ist tot? Er ist nicht tot. Somebody, helft mir! Fuck. Wenn er tot tot... Er ist nicht tot tot. Was muss passieren, Lee? Denken Sie es. Sie sehen, den pooren Mann in der Motel? Wie schnell er hat er. Was sagst du? Lilly, ich bin sorry. Ich wirklich, wirklich bin. Aber in ein paar Minuten werden wir in einer lockten Wohnung mit einem 6'4, 300-pounder, seriously-pissed-offen-Dead-Guy. Fuck you! Wir können ihn zurückbringen! Lee! Wir mornen ihn später. Aber jetzt müssen wir ihn zurückbringen. Nein! Gott damn it, Kenny! Er ist nicht tot! Oh, ist er wirklich nicht tot? Lilly kann trotzdem save ihn. Ich wünsche, sie könnte. Believe me, ich glaube. Aber dieser Mann ist tot. Ich weiß nicht, was er passiert ist. Scheiße. Helfen wir? Wir versuchen uns. Oh. Oh, Gott. Es ist ein Kind. Oh, Gott. Ja, für jetzt. Aber wir müssen noch ein Weg aus hier rausfinden. Ich weiß, ich weiß. Aber du musst dich jetzt stark sein. Ich brauche dich stark sein. Denk dir etwas anderes. etwas Hoffer. Wie? Was? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es sind die Sprecher mit deinem Vater und dein Vater. Die machen dir besser? Manchmal. Wir werden rauskommen, richtig? Hast du einen Weg raus? Ich arbeite daran. Oh, fucking hell. Also, ähm, ich glaube, wir alle wissen ja, dass ich Larry nicht besonders mochte, aber... Ja. Ja, also, ich denke, ihr wisst, was ihr meint. Also, das ist schon... Also, nicht mal den Versuch zu starten, irgendwie ihn zu retten, ist halt wirklich heftig und, ähm, ach, ja... Das sind doch alles solche... Das sind doch alles solche... Also, in Anführungsstrichen, Idioten. Ich, ähm, ich weiß nicht. Dann habe ich versucht, ihr zu helfen und Kenny, ähm, keine Ahnung, kotzt rum, weil er sich dann gleich betrogen fühlt, ähm, ohne auch nur den Versuch zu starten. Ich weiß nicht. Du lebst, was ich gemacht habe? Ich bin der Mann, der nicht Wenn wir das Leben überleben, müssen wir die Balls machen, oder zumindest einen von uns haben. Du sprachst ein großer Spiel, aber kannst du das schwer machen, wenn es Katja oder Dutch war? Das wird niemals kommen. Nicht, wenn ich nichts zu tun habe. Wir wissen, dass die St. Johns vielleicht... Nein! Sie brauchen Katja, weißt du? Sie ist der Grund, warum sie uns hierher gebracht haben. Und sicherlich, dass sie Dutch als eine Bargaining-Chip benutzen. Ich hoffe, du bist richtig. Ich weiß, dass ich richtig bin. Ich muss nur zu ihnen kommen, das ist alles. Okay, hier oben wir den... Die Schrauben... Die Multitool... Natürlich, sie haben die Schrauben... Vielleicht gibt es etwas anderes, wir können... Ich habe eine Schrauben... Eine Schrauben nicht helfen... Aber eine Schrauben kann die Schrauben... Hast du eine Schrauben? Nein... Oh, shut up! Okay... Und ich vermute, mit der Hand geht es natürlich nicht. Okay, was zu erwarten war... Gut, Jungs und Mädels... Ach, das war alles? Ach, das war alles? Das war alles. Das war alles. Das war alles. Ich glaube, dass ich einen Weg aus hier gefunden habe. Aber ich brauche etwas, um die Schrauben auf den Schrauben. Wenn du etwas hast, was ich als Schrauben benutze, eine Schrauben oder etwas... Nein. Was für ihn? Ich weiß, dass das eine Schrauben ist, aber nach dem Motorhof... Larry... Larry hat etwas gesagt, um die Schrauben in seine Schrauben... Was möchtest du? Meine Schrauben, um seinen Schrauben zu lösen? Deine Schrauben. Mach was, was musst du tun. Ja, fantastisch. Aber was hat er denn da raufgeworfen? Das ist... Ist das eine Kiste? Oder... Und da guckst du nicht im Portemonnaie, ob da vielleicht ein paar Münzen drin sind? Ah, wir schauen natürlich alle das durch. Hier geht's. Zwei Quarters. Und eine Dime. Na dann. Na, dann leg mal los. Was denn jetzt für Kenny, der nächste Nervwurzel, oder wie? Naaiin. Dann gehen wir raus. Wir wissen, wo es vggenst wird. Es wird wahrscheinlich in die Rückseite gehen. Ich kann herausfinden. Du wißt du, dass du das nicht tun musst, richtig? Ich weiß. Ich möchte nur nach Hause gehen. Das wird uns helfen, nach Hause zu kommen. Okay. Du wirst gut sein. Was mache ich, als ich rausgekommen? Und was jetzt? Wechseln wir jetzt zu Clementine? Oh, Spannung wie ein Flitzebogen. Oh, fucking bastard. Lilly, ich bin sorry. Wir müssen gehen. Ich weiß. Ich muss nur ein Minute, um zu sagen, okay? Hey, wir sind gut, okay? Ja, das ist gut. Shit, er wird uns alle getötet. Bleib hier. Geh dir Lilly, okay? Ich werde. Oh, Gott. Ja, wir hatten es ja schon gesehen, in einer der letzten Folgen. Ich glaube, der vorletzten. Das ist jetzt praktisch diese Hintertür. Aus der Scheune. Na, geil. Äh. Also, so ein bisschen strange sind die ja schon, ne? Unabhängig davon. Dass sie natürlich auch irgendwie aus Not handeln. Ähm. Ist das natürlich irgendwie... Ach ja. Na, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also, ich finde das irgendwie total erschreckend. Also, ich glaube... Also, ich glaube, ich würde lieber sterben, als irgendwie Menschenkreis zu essen. Also, sage ich jetzt. Wer weiß, wie es denn früher, später wäre es, aber... Früher, später. Also, ich meine, für den Fall der Fälle und so. Aber... Ach so. Okay, ich kann nur eins davon nehmen. Ich nehme den Elektroschocker, weil ich möchte nicht noch mehr... Blut vergießen. Die Frage ist natürlich, sollte man sowas jetzt... Was heißt sowas? Also... Sollte man sie am Leben lassen? Auf die Gefahr hin, auf die sie das noch mit anderen Leuten machen? Also, wir hätten ja noch eine Sichel. Das wäre bestimmt auch noch eine andere Variante... ...der Waffe. Tja. Ja, das ist schon wieder eine sehr dezente Frage, ne? Ähm. Was nehmen wir denn da? Scheiße. Also, einerseits... Bin ich ja dagegen, sie umzubringen. Aber andererseits... Wie gesagt, könnten die das denn auch mit anderen Leuten machen und so. Und das wäre jetzt ja auch nicht so prickelnd. Oder? Und wenn wir sie jetzt töten, ist das ja auch so eine Art von... Selbstjustiz, oder? Ich meine, unabhängig davon, dass es nun mal... ...kein Gericht oder ähnliches mehr geben wird, die die irgendwie verurteilen werden. Nicht, dass wir die noch mal treffen. Ich bin echt in der Zwickmühle. Ich würde sagen, ich entscheide das mal in der nächsten Folge. Wenn wir das mal in einem kurzen Moment drüber nachdenken. Ich danke euch schon mal fürs Schauen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, kommentiert, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich freue mich drüber. Und ansonsten, bis dahin. Tschüssi!